. . . . . . . Komm mal. Meinst du? Der Finger! Hier ist es so, dass ich mich nicht mehr verletzeiere. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Entschuldigung. Ist das was für dich? Wenn die Sieben noch zu haben ist? Ja, klar. Bin dabei. Wie heißt sie eigentlich? 11. Wir sind da am Sonntag, okay? Okay. Tschüss. In Deutschland darfst du alles. Aber ein letztes großes Tabu gibt es noch. Schwule Türken? Nein. Schwule Fußballprofis. Schwule Profis. Vergiss es. Totaler Quatsch. Das gibt es nicht. Schon gar nicht bei der Borussia. Nee, glaube ich nicht. Jeder zehnte Mann ist schwul. Da müssen in der Bundesliga mindestens 30 schwule Kicker rumrennen. So wie Beckham. Beckham? Der hat eine Frau und ein Kind. Zwei sogar. Der ist schwul wie Winitu. Er weiß es nur noch nicht. Glückliches England. Sekt haben wir nicht. Also ich krieg zwei Buletten und einen Pilz bitte. Na also. Pilz mit Bulette für alle. Moment mal. Ich bin Vegetarier. Also in drei Wochen können wir ein Spiel machen. Kinder von Küche oder eins? Oberfl Relation. Der hat die Frau. Untertitelung des ZDF, 2020